Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Shadow Hearts von The Blue World. Wir stehen jetzt hier zusammen mit dem guten John und der Shania. Das Problem daran ist, dass wir jetzt erstmal dieses Ding fotografieren müssen überhaupt. Am besten hüpfen wir. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Wahl ist. The Thunderbird. Und ich habe sie halt auch null ausgerüstet irgendwie. Wenn jetzt sowas wie Versteinern kommt, sind wir im Eimer. Ach Mist, ich hatte Angst. Das Problem wird hier sein, wenn wir jetzt sterben, müssen wir uns die ganze Dings nochmal angucken. Oh, das klingt aber gar nicht viel. Ich würde am liebsten nochmal, äh, lieber das hier machen. Ich will nicht, wir haben voll wenig SP. Das geht gegen Baum, glaube ich. Ja. Oh Gott. Was war das für eine Nebentätigkeit... Ne, nicht Nebentätigkeit, aber... Okay, das ist doch bitter. Wie bitter ist das denn, bitter? Ich kann gar keinen Doppel machen. Sonne ist Licht, also müsste ja eigentlich Evil Shaker sein. Oh! Das ist nicht die beste Idee, zu fotografieren, oder? Oh, schau hier! Schreit und sag, Cheese! Was ist das? Das ist ja immer ein Wunder! Äh... Mist! Mist! Oh nein! Dreck! Okay, wir machen noch einmal Snappy. Okay, schau hier! Schreit und sag Cheese! Nein! Was ist denn nun mit der Stage-Gauge? Yeah! Ja! Hau! Hau! Haau! Aber es macht schön! Hau! 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 Oh, 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 oh. Achtung, meine Güte. Okay, jetzt müssen wir sie unbedingt heilen. Aber erst... Ja, das bringt mehr. Ah, danke. Hier wir kommen! Sollen wir Ebony Cluster nehmen? Nee. Ich will ihn nicht verwandeln. Ich hätte mir so ein Item anziehen müssen. Oh, Gott. Missed. Here we go. Mist. Ah, zulässt ich aber 130 wieder zurück. Mist, wir müssen beide angreifen. Okay, dann greifen wir halt beide an. Ah! Eajut! Ah! 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 Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt... ...die ich keine SP mehr habe. Das ist halt echt ein bisschen bitter, ne? Wir müssen aber trotzdem mit ihr angreifen. Ach, Mist! Bitte bringe ich mich nicht um. Also здесь bin ich nicht um, aber kein Problem. Soll ich trotzdem mit ihr nicht Obrigiert! Ach, schade. Ich wollte gerade sagen, solange es nur normale Angriffe sind, ist das kein Problem. Aber diese Doppelangriffe ist halt echt. Oh, das ist ein Problem. Ich glaube, er hat einen Hauser. Ich habe einen Hauser holen. Bist. Oh, was ist das? Okay, das gefällt mir gar nicht. Oh, 173. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Das war ja mal super, oder? Oh, was ist das? 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 Oh. Oh, was ist das? 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 Das war, ich glaube hier. Das war etwas, was krass ist. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ah! Ich hätte schon zweimal angreifen können. Jetzt nochmal. Ja, okay, das ist doch ein Prinzip, das ist schon wieder. Geh! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Ernsthaft? Ich will mich eigentlich verscheißen. Ach, wir sind gar nicht gestorben, wer hätte das gedacht. Hör auf, dich aufzuladen, du Dödel! Nee, brauchen wir nicht Kombo. Wir könnten aber doppelt machen. Mist! Hier geht's! Problem ist, dass der sich jetzt wieder hochgepusht hat. Über diese Versagensteile. Guck mal, der hatte mal 1600. Wenigstens lebt er noch. Das muss man ja schon mal hoch anrechnen. Die Versagensteile. Die Versagensteile. Die Versagensteile. Hier geht's! Ich bräuchte... Oh Mann ey! Ich bräuchte Ricardo. Ich bräuchte die Bärbein. Ich bräuchte die Bärbein. Unerhört. Unerhört. Können wir schon mal sagen hier. Müssen wir ihn direkt wieder abnehmen. Ja, ich bin nicht in der Bärbein. Ich bin nicht in der Bärbein. Geht hier. Bei der Macht ihres Hintonns. Oh Gott. Er lebt auch noch. Das ist, äh, ja. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Ich kann es nicht mehr nehmen. Ich kann es nicht mehr nehmen. Bis morgen. Tschüss.